Was macht denn der da? Ach, das nennt man Werbung. Genau, genau, genau. Unterwegs mit dem Filmwerk, dank Herrn Chiambor aus dem Hause TV-Wekorn, Radio-Wekorn. Und die lachen. Also entweder haben die hier Pausch & Panda gesehen oder ein paar andere Comic-Figuren, die hier rumlaufen. Ich sehe sie eigentlich nicht. Aber garantiert mit Dautremis, Dautremis Company, Kung-Fu Company und OneMove hast du hundertprozentig Entertainment Live. OneMove ist eine Einrichtung in Erlangen und mit mehreren Schulen in Bayern und darüber hinaus, wie ich mitgekriegt habe, auch in Frankfurt. Kung-Fu Company ebenso, um topfit im Leben nach vorne zu kommen. Und zu bleiben natürlich. All the best. Filmwerk. Keiner.com.tv